Und hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Zock Happy Wheels auf dem Kanal, der Franke zockt, meine lieben, hallo. Ich weiß, es haben schon ganz viele Let's Played oder Let's, aber ich bin der Erste, der Let's Zockt. Zu Gast habe ich heute einen, einen, einen Gast, Let's Player in Anführungszeichen, der Philipp, hallo. Hi. Ja, okay, dann fangen wir mal an, ne? So. Also, wir spielen die gegeneinander, so inoffiziell gegeneinander, wer die schnellere Runde macht vom Level, ne? Und, ja. Ich sollte vielleicht sagen, dass ich im Moment noch nichts aufnehme wegen meinem PC. Da folgt vielleicht noch was irgendwann. Ja, irgendwann. Oder du darfst mal bei mir aufnehmen, wenn ich meinen Gamer-PC habe. Mal schauen. Nö, bin ich gar nicht. Okay, ja, okay, mit welchem Level fangen wir denn an, würde ich mal sagen, so. Also, Team-Team-Permission ist kein Problem gesagt. Ja, das kenne ich, das ist total Müll. Fangen wir an mit... Äh. 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 Prehistoric Pilgrim. Was? Prehistoric Pilgrim. Okay, fangen wir damit an. Ja. Äh. Äh. Das folgende Spiel wurde 22.000 Mal bewertet, ist das nicht genial? Und über 4 Millionen Mal gespielt. Gut, fangen wir an. Warte, 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 warte. The Purple. Oh. Ne, wir müssen dann aufpassen, dass wir gleich anfangen. Ach, ne, ist ja egal. Wir fangen dann gleichzeitig an. Ne, ja. Ach, egal. Ist ja arscht. Ja, die Endzahl. Die Endzeit bestimmt. Okay, jeder hat jetzt einen Versuch. Boah, ich komm nicht mit. Boah, boah, scheiße. Au. Hilfe, irgendwas spinnt. Ah, jetzt. Oh Gott, da dreht was. Oh Gott, mir wird ganz schlecht. Wer schneller als... Ich bin schneller als du. Ich war hier jetzt schon, ey. Äh, Hilfe, Zeitreif. Äh, ne Uhr. Noch ne Uhr. Ich hab Angst. Ne Sanduhr. Komm. Nein. Oh, verdammt. Verdammt. Das... Das kostet mich ziemlich viel Zeit. Oh, da dreht sich was. Und Zeitreisen. Brrrr. Kronknachmacher. Brrrr. 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 Oh Gott, nicht. Nichts anknacksen. Nichts anknacksen. Nichts anknacksen. Tu dir nichts. Hey, das ist ein Typ. Hallo. Hallo. Oh nein. Was auf. Ich bin hier in dem komischen Dino. Ich bin hier in dem komischen Dino. Ja, warte. Muss ich mal losgehen. Ja. Hallo. Tee. Nein, nein, nein. Muss ich jetzt zurück? Oh Gott. Ich hab seine Füße überfahren. Ich hab ein fetter Dino-Überblick. Ich bin so tot, ne? Ich mein so. Ich bin hier nur noch auf meinem Segway. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Hatte ich auch so'n fetter Dino. Wo davor so'n Netz lag. Ja, der greift mich grad an. Hast du ihn schon gesehen? Nein, 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 nein. Ich häng, ich häng, ich häng, ich häng. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ja, du musst rückwärts fahren. Ja, ich bin in der Höhle. Mit... keinem Bein mehr. Und... Boah... Boah, Scheiß geht's mich besser. Au, ich hab jetzt... Komm schon, komm schon, komm schon! Komm! Ja! Komm! Jetzt nur noch... Nein! 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 Jetzt hängt er mit seinen Stimmelchen hier fest. Das möchte ich zu gern sehen, aber ich kann's nicht. Was siehst du dann? Komm, jetzt lauf! 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 Ja! Der Drex... Der Drex-Dino läuft! Ich bin so fast... Boah, ich fühle mich hier, ich fühle mich fast. Komm! Ich fühle mich da wie Karta an dem... Wenn du weißt, was ich mein. Wie fühlst du dich? Yes! Ich hab's geschafft! Ähm... Jetzt warten wir noch auf den Film. Äh, ich hab... Äh... Au! 138... Sekunden. Ich bin... Perfekt, ich weiß. Äh... Da... Diese... Tonnen... Die er... Gerade trägt... Tragen muss, ne? Nein, nein, nein! Komm, 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 komm! Nein, ich geb dem da oben keinen... Keinen... Donut? Oder... Muffin? Ähm... Ähm... Und... Philipp, wie viel... Wie... Mit welcher Zeit hast du's gepackt? 126... 126... 5... Okay, dann geht... Die erste Runde an... Durch! Ich hab 138... Das ist... Schlechter... Wahrscheinlich, weil ich... Ähm... Meine Füße verloren hab. Was? Ich hab gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Ach, ich hab's verloren? Ne, wie viel... Wie viel hast du? Wie viel Minuten... Äh, Sekunden hast du? 106... 126... 126... Ja, okay... Ich hab... 138... Okay... Äh... Sieh, du Pütter! So, nächste Runde! Auf ein neues! Huhuhu! Boah, jetzt ist halt... Wie hier meine... Tastatur... Bildschirm... Boah, ich bin kaputt, Junge! Mach's kaputt! Ich mach alles kaputt, ey! Ja... Hahaha, Hafti-Befehle! Morgens und Hals 10 im... Woh... Wie lädt da grad nix? Aber ich seh deine Mutter... Aufm Startbildschirm! Ohah! Ey, ich seh deinen... Ey, ich seh's Vater! Ahah... Keine Beleidigung! Ahah... Boah, das Teil stinkt aber auch, ey! Bei mir lädt's... Bei mir lädt es nicht mehr! Bei mir lädt's keine... Keine Levels mehr! Ah, ich glaub, das ist wieder abgeht! Ja... Äh... Äh... Wir machen uns ganz kurze Pause... Spielen eventuell auf dem Demo weiter... Mh... Wir sind uns gleich! Tschüss! Bis dann! Und... Gleich! So, jetzt sind wir wieder zurück! Für euch war es nur ne... Äh... Zum kleiner... Augenaufschlag! Wir machen jetzt weiter und... Wir überlungen und legen uns... Welche Map? Philipp, welche Map? Du bist dran! Ich hab dir das gemacht! Boah, okay! Ähm... Nehmen wir... Obst Curse! Aber nicht Balkon-Telfer! Nee, das ist zu einfach! Das kommt vielleicht in die Special Extras! Obst Curse! Das Vierte! Boah! Ich... Boah! Welches? Das Vierte von oben! Ja, das hab ich! Oh Gott, du in Kugel! Okay! Kann man anfangen? Ah, ich verstehe! Okay! Ich starte da auch mal! Willkommen! Goal to blablabla! Zweifel! Yeah! Epic Jam! Boah! Wie ich diese Messer alle hasse, ne? Und diese Kugeln auch! Und... Genauso wie dieses Sniper hier! Ah! Ich hab mir so ganz nebenbei mal überlegt! Aua! Da bin ich gestorben! Ähm... Wir könnten noch diesen äh... Äh... Wir könnten noch den äh... Hier den... 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 Das kleine Kind... Benennen! Wie jeder andere auch! Aua! Wie würdest du denn das kleine Kind nennen? Hm? Ja! Ja! Okay! Es hängt grad hinten in meinem Rücken drin! Okay! Jetzt nicht mehr! Jetzt geht's wieder! Ah! Okay! Jetzt hat's mich gekillt! Wie weit bist du? Wie weit bist du? Ich bist tot! Ich hab's schon fertig! Echt? Ja okay! Warte noch bis dein... Bis du deine Zahl sagst! 31! Du sollst warten! Hab ich gesagt! Ich will das nicht hören! Ach so! Oh man ey! Der scheiß... Dieses scheiß Harpune, ne? Das ist... Das ist... Epic Jump! Oh ich hab den Opa gerettet, ne? Damn it! Aber üh! Und... Dafür hab ich jetzt das Kind getötet! Ey komm ey! Dieses Gras, ne? Das ist genauso nervig wie das Kind! Oh voll in die Eier ey! Boah da hab ich heut... Nein! Komm! Komm! Biss ins Ziel! Komm! Nein! 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 So kurz vorm Ziel ey! Mich hat's da bei diesen Drehteilen da so hochgeschleudert, ne? Und hat mein... Mein... Mein Körper gezweiteilt. Zweiteilt. Nur noch der Darm war so verbunden. Ich flieg runter ins Ziel, jetzt hängen da die Gläser da! Komm jetzt! Weiter! Also ich habe ja schon... Ja ist mir egal! Komm schon! Ich lebe noch! Ach verdammt ey! Das ist... Das ist... Ich hätte doch nicht das scheiß Level nehmen sollen! Au! Wir sind jetzt bei 11 Minuten, das ist ne ganz gute Zeit für den 2. Challenge! Eigentlich nicht aber... Zwei Level! Ja! Klingt eigentlich... Ist eigentlich ganz... Boah! Voll der... Komm! 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 Wieso tötest du eigentlich mit? Nicht... Der heißt nicht... Timmy! Wir... Wir geben dem neuen Namen! Er heißt jetzt... Tommy! Da ist so... Wieso tötest du eigentlich mit? Nicht... Der heißt nicht Timmy! Welche Zeit hast du? 31,90 42,80 31,90 Okay, nächstes Level. 2 zu 0 für Philipp. Nebenbei er heißt Blood Tiger LP. Ich möchte es nur mal erwähnt haben. Nein, heißt ich... Jetzt muss ich mir noch überlegen. Okay, dann ich setz einfach den Link unten in die Videobeschreibung. Okay.